Blick hinter die Kulissen Florian Silbereisen, ohne diese zwei Frauen geht auf Dur gar nichts Florian Silbereisen und seine Christa sind ein eingespieltes Team In Riesa in Sachsen findet Florian Silbereisens erstes Konzert seiner Tournee das große Schlagerfest XXL statt Allein an diesem Abend finden zehn Outfit-Wechsel an, und damit alles perfekt abläuft, hat der Schlagerstar Christa an seiner Seite Das muss automatisch gehen, ohne Worte verstehen wir uns Wir brauchen uns nur Zeichen geben, verrät uns die 83-Jährige im Interview Dabei berichtet sie uns auch von einem modischen Missgeschick, dass ihr bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist Was das ist? Ihr erfahrt es oben im Video Und bei SSST, auch beim Tourauftakt läuft nicht alles reibungslos Florian Silbereisen, bei uns ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre Neben Christa kann sich Flori auch seit stolzen 20 Jahren auf Kostümchefin Elke verlassen Er war ein ganz gelöster junger Mensch, unheimlich nett Erinnert sie sich im RTL-Interview an das erste Treffen mit dem Musiker zurück Ja, wir haben zueinander gefunden Ohne seine beiden Powerladies, die auch mit 80 nicht zu stoppen sind, kann sich Florian Silbereisen seine Shows nicht mehr vorstellen Bei uns ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre Und für mich ist es so, wenn ich in die Garderobe gehe und weiß, dass die Christa und die Elke, die Silvia, die mich seit vielen Jahren schminkt, dann bin ich angekommen Ich kann mich auf das Wesentliche kümmern Ich weiß, dass es funktioniert Ganz nebenbei verrät und der 42-Jährige auch noch, was er, dank Christa, bei besonderen Auftritten rund erträgt Habs ,... Duagu